Dann hebst du ab. Wahrlich, du hebst ab. Und du bist mit Menschen in Kontakt, in Resonanz, im Ausgleich, die genau das noch befeuern, verstärken. Bitte trenne dich von Leuten, die dir nicht gut tun. Schau genau hin. Wenn es immer wieder ein Runterziehen, ein Destruktiv, ein Angstmachen, ein Verunsichern ist, wo du selber nicht in die Kraft kommst. Denn Kraft, Freiheit, Energie, Power ist natürlich. Und wenn du viel Energie und Power hast, dann kann es sein, dass du vielleicht einige Leute um dich hast, die sich hier andocken und von dir Energie haben wollen. Schau ganz genau hin. Es gibt genügend Menschen um dich, die in deiner Frequenz sind, die genau so gebauert sind wie du, die aufstrebend sind, mit denen du Freude haben kannst. Freude ist ein Naturgesetz. Schau dich um und schau, wo du Leute findest. Und du findest sie überall. Weißt du wann? Genau dann, wenn du die Freude bist. Dann, wenn du der Bauer bist. Dann findest du Menschen, die genau das eben in Resonanz mit dir als Ausgleich Leben erleben möchten. Und trenne dich von Leuten, die dich runterziehen. Schau dir keine stundenlangen negativen Medien an. Schau dir das nicht an. Denn hier geht es nur um Aufmerksamkeit, die in eine Richtung gelenkt werden soll. Du entscheidest, wo du hinschaust. Du hast ganz klar die freie Wahl, die freie Meinung. Das ist deine eigene Wahl. Du kannst sagen, ich beschäftige mich mit dem oder mit dem. Stell dir vor, Aufmerksamkeit ist eines der wichtigsten Güter, die wir überhaupt haben. Genau dahin, wo deine Aufmerksamkeit fällt, genau das wächst. Und wenn du dich in produktive Dinge, in freudige Dinge, in motivierende Dinge, in aufbauende Dinge, in energieerfüllende Dinge steckst, dann hebst du ab. Wahrlich, du hebst ab. Und du bist mit Menschen in Kontakt, in Resonanz, im Ausgleich, die genau das noch befeuern, verstärken. Und bitte trenne dich von allem anderen. Mach's. Eine Türe geht zu, zwei gehen auf. Ich wünsche dir, dass du so viele Türen aufreißt, wie nur geht. Hey, und wenn du bei deinem Weiterkommen, in deinem Business Hilfe brauchst, für deinen nächsten Schritt, dann findest du unten einen Link. Wir zwei, du und ich, wir reden miteinander. Finden sofort Klarheit und finden sofort die Abkürzung von A nach B. Du wirst sehen, dann geht's auf einmal schnell. Hey, wir sehen uns. Bis bald, beim nächsten Video. Servus.